Krone ist der Spezialist, wenn es um Rundballen geht. Kein anderer Hersteller bietet ein größeres Portfolio an Pressen und Presswickelkombinationen für jede denkbare Einsatzsituation. Besonders im Berggebiet und in kleinstrukturierten Regionen spielt das aufgelöste Verfahren noch immer eine wichtige Rolle. Um auch hier die passende Technik anbieten zu können, erweitert Krone das Sortiment um die Easy Wrap Ballenwickler. Eine Dreipunktmaschine und eine gezogene Ausführung mit eigenem Fahrwerk. Der Easy Wrap 150 ist eine kompakte und bedienerfreundliche Dreipunktmaschine. Egal ob im Heck oder im Frontanbau, das Gewicht bleibt immer nahe am Traktor. Für sicheres Fahrverhalten in jedem Gelände. Der Wickeltisch besteht aus großdimensionierten Glatt- und Riffelwalzen, die unter allen Bedingungen für eine sichere Rotation des Ballens sorgen. Die Ballengröße kann durch einfaches Abstecken von Bolzen zwischen einem Meter und einem Meter 50 eingestellt werden. Sie begrenzen den Weg, wie weit die beiden Ladearme zusammenfahren. Somit ist gewährleistet, dass die Folie immer mittig aufgetragen wird. Das sorgt für eine ideale Überlappung und stellt eine gleichmäßige Verteilung der Folie am Ballen sicher. Mit bis zu 36 Umdrehungen pro Minute hüllt der Wickler den Ballen in Folie ein. Das macht die Maschine zum schnellsten Dreipunktwickler am Markt. Die Anzahl der Folienlagen können vom Fahrer aus der Kabine eingestellt werden. Gewickelt wird mit 750er Folie. Serienmäßig lässt sie sich je nach Bedarf mit 55 oder mit 70 Prozent Vorstrecken.